Eine kostenlose Immobilienbewertung, doch was kann man sich darunter vorstellen? Wir von Jürg & Beimler Immobilien vermitteln ihre Immobilie effizient und innovativ. Ich bin Sergej Jürg und kommen wir ganz kurz zu mir und zu meiner Berufserfahrung. Ich bin ein gelernter Kauf in meinem großen Außenhandel und anschließend habe ich eine Ausbildung zum Maurer gemacht. Diese zwei Fertigkeiten ermöglichen mir ein besseres Verständnis für Bausubstanzen der Immobilie und eine geschickte Vermarktung. Ich bin Vladimir Beimler und bin gelernter und zertifizierter Immobilienmakler und Immobilienwertbedachter. Zusammen also mit dem Herr Jürg bilden wir ein starkes Team im Bereich der Immobilienbewertung und Vermarktung. Um etwas fair zu verkaufen, muss man natürlich klar erstmal den Preis kennen. Geht es hierbei doch um ein Haus, kann sich das kompliziert gestalten. Entscheidend hierbei ist der Zustand, insbesondere die energetische Ausstattung, irgendwo auch die vorherrschende Nachfrage. Ja und ich sage auch die objektive Einschätzung eines Experten. Wir stehen dafür mit unserem Namen und ermitteln auch gerne den Preis Ihrer Immobilie. Sobald Sie einen Termin mit uns vereinbart haben, kommen wir bei Ihnen vorbei und besichtigen das zu bewertende Objekt. Für den Termin können auch Sie sich etwas vorbereiten, und zwar indem Sie die notwendigen Unterlagen sich zurechtlegen. Wichtige Dokumente wären für uns zum Beispiel der Grundbuchauszug, die Wohnflächenberechnung und Angaben über die letzten Modernisierungen. Bei Erdbaurecht benötigen wir Angaben über den aktuellen Erdbauzins und die Restlaufzeit des Vertrages. Geht es aber um ein bewohntes Mehrparteienhaus oder um eine Wohnung, brauchen wir natürlich auch die aktuellen Mietverträge. So, und sobald wir alle Dokumente und Unterlagen zusammen haben, geht es für uns in die Analyse und Preisgestaltung. Nachdem wir den Preis ermittelt haben, folgt der Zweittermin mit uns zur Präsentation der Wertermittlung. So, und jetzt liegt alles weitere in Ihrer Hand. Wir freuen uns über Ihren Anruf und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite.